Eine Anlage effizient, sicher und 100%ig zuverlässig errichten und dabei Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten, ist eine besondere Herausforderung. Zudem steigt die Komplexität der Anlagen und der Automatisierung. SIMIT ist die Anlagenechtzeitsimulation zum Testen der Automatisierungstechnik durch die virtuelle Inbetriebnahme von Anlagen. Dadurch werden Engineeringaufwand und Betriebsrisiken minimiert. Die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Anlagen steigt. Wie sich durch den Einsatz von SIMIT die Effizienz in einem Anlagenprojekt erhöht und das Know-how durch Operator-Trainings aufgebaut wird, zeigt das folgende Beispiel. Unser Projektteam besteht aus einem Projektleiter, einem Ingenieur, einem Servicetechniker und einem Operator. Der Projektleiter sorgt dafür, dass die Anlage trotz Zeit- und Kostendruck allen Anforderungen an Qualität und Sicherheit entspricht. Der Projektleiter muss die Umsetzbarkeit der Kundenanforderungen möglichst früh prüfen, denn Änderungen während der realen Inbetriebnahme sind kostenintensiv und führen zu Terminverzögerungen. Des Weiteren muss er das Know-how der Anlage so dokumentieren, dass es später lückenlos an den Kunden übergeben werden kann. Mit dem SIMIT Simulation Framework wird die Realisierung der Funktionen bereits während der Engineeringphase geprüft. Die virtuelle Inbetriebnahme minimiert Risiken und steigert die Betriebssicherheit. SIMIT Operator Trainings an der virtuellen Anlage erlauben umfassenden Know-how-Transfer an die Operator. Der Projektleiter ist sich sicher, dass keine aufwendigen Nachbesserungen vom Kunden gefordert werden, da alles vor der realen Inbetriebnahme geklärt werden kann. Der Kunde hat ein genaues Bild der realen Anlage durch die virtuelle Anlage. Das Vertrauen beim Kunden wächst. Das Projekt wird in der geplanten Zeit fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017